Hallo, mein Name ist Margit Pollek und ich möchte jetzt gerne meine OER Perle vorstellen. Ich bin immer auf der Suche nach guten OER Quellen und neuen Tools. Deswegen bin ich auch auf diese Seite gestoßen. mix.office.com ist eine Community, bei der man in einer Gallery verschiedene Präsentationen, solche Mixes findet. Man kann die Vorschläge, die hier gemacht werden, akzeptieren. Das sind lauter unter Creative Commons veröffentlichte Präsentationsvideos, die teilweise auch interaktive Elemente enthalten. Wenn man angemeldet ist, kann man das Ganze auch herunterladen und weiter bearbeiten. Andererseits kann man auch etwas suchen, zum Beispiel in der Kategorie Math. Wenn ich jetzt hier etwas mehr Spezielles möchte, kann ich das herunterladen und weiter bearbeiten. Ich kann aber auch ganz konkret zum Beispiel nach Bruch suchen. Dann bekomme ich einen Vorschlag, den ein Kollege hineingelegt hat. Ich kann auch nach Namen suchen. Ich weiß zum Beispiel, dass Kollege Kurt Söser sehr aktiv ist und auf dieser Plattform auch schon etliches veröffentlicht hat. Er hat in seine Mixes auch interaktive Aufgaben eingebaut oder Videos von der Khan Academy. Auch GeoGebra wird verwendet und kann praktisch eingebaut werden. Ich hoffe, dass noch viele solche Mixes dazukommen, insbesondere von Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt sehen und vor allem deutschsprachige Mixes, die in der Gallery noch nicht so gut vertreten sind. In der Mathematik gibt es ja da schon einige, vielleicht kommen auch in anderen Bereichen welche dazu. Wenn Sie so etwas Ähnliches wie dieses Mix hier produzieren wollen, benötigen Sie Microsoft PowerPoint 2013, das es für Bundesschulen ab jetzt auch gratis gibt. Und zusätzlich können Sie mit diesem Button das Add-on von Office Mix gratis herunterladen und auch auf Ihrem Gerät installieren. Ich hoffe, Sie haben viel Freude und viel Nutzen von dieser Plattform. Auf Wiedersehen!